Am Mittwoch ist Länderspielzeit in Dortmund, Deutschland gegen Australien. Es geht nicht um Fußball, sondern um Baseball im Höschpark. Hier ist die deutsche Fahne schon angekommen und auch die neue Anzeigentave soll am Mittwoch für echte Länderspielatmosphäre sorgen. Sie wurde extra für das große Spiel angeschafft. Heute gehörte das Feld allerdings dem Nachwuchs der Dortmunder Wanderers. Für den Tabellenführer der 2. Bundesliga ist die Ausrichtung des Länderspiels der Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte. Schließlich werden Baseball-Einhänger aus dem ganzen Land erwartet. Und bei gutem Wetter könnten bis zu 3.500 Zuschauer kommen. Und vielleicht sind Sie ja dabei, denn wir haben Karten und die können Sie gewinnen. Rufen Sie uns jetzt ganz schnell an unter 0800 5678 400 und wir berichten dann am Mittwoch live in der Lokalzeit darüber. Ja und wie wird das im Wetter am Mittwoch? Leider nicht ganz so gut wie am Dienstag.